Schatz, guck dir das nicht an! Snape! Nein! Du wechselst mich mit Khan! So viel zum Sailor Moon Test! Hallo ihr Lieben! Hey Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu DIY Inspiration! Und herzlich Willkommen zu einem Quiz! Einen besonderen Quiz! Ihr seht schon, die Umgebung ist heute etwas anders bei uns. Ja, wir sind bei Renée zu Gast. Ja, im Studio, denn wir wollen heute einen Wie gut kennst du DIY Inspiration Test machen? Ja, und wir machen nicht nur ein, wir machen direkt drei Stück. Genau, dann machen wir aber natürlich noch, weil Eva ist ja der Harry Potter Freak. Wir wollen mal wissen, wie gut kennt Eva Harry Potter. Und in welches Harry Potter Haus gehöre ich? Tatsächlich in Hufflepuff, wie ich denke, oder ist es was anderes? Ja, und ich werde mal gucken, welcher Sesamun-Charakter ich bin. Ich dachte ja eigentlich immer, ich bin Bunny. Die Quizze sind schon etwas älter, aber wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne auch mal wieder ein neues Quiz machen. Genau. Und uns das natürlich mitteilen, dann werden wir das natürlich auch machen. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal. Und zwar, wie gut kennst du DIY Inspiration? Das ist schon etwas älter. Ja, das ist von 2016. Ich würde es so machen, dass einmal du machst und einmal ich, damit wir natürlich abwechselnd auch die Reaktion haben. Den Kanal betreiben drei Personen, wahr oder falsch? Ähm. In diesem Jahr? Im Jahr 2016 war das Ganze falsch. Sie heißt Kathi und Eva. Äh, das ist wahr. Sie haben über 200 Abonnenten. 200.000. 200.000 Abonnenten. 200.000. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es passt. Okay. Ich hoffe mal. Sie machen Lifestyle, Comedy und so weiter. Ich würde einfach mal sagen, ja. Das haben wir damals auch schon. Ja. Ich glaube 2016. Ich glaube auch nicht. Ja? Ja. Also du sagst ja. Okay, das ist wahrscheinlich falsch. Nein, ändere das, ändere das. Mach falsch. Äh, sie machen die Videos in ihrem Studio. Das ist wahr. Pro Woche kommt ein Video. Da bin ich ziemlich sicher, dass das falsch ist. Borschi Tape kaufen sie meistens bei Real. Ich glaube noch, ich glaube nicht. Ich weiß nicht mal, wo es ein Real gibt bei uns. Ich nicht. Das weiß ich ja sogar. Eva bastelt, backt und liest gerne. Stimmt alles. Das ist alles wahr. Ist richtig. Ja. Sie waren bei den Video Days in Köln 2015. Wir waren da. Ich weiß nicht mehr. Doch, doch. Das war 2015. Stimmt auch. Den Kanal hat Kathi erstellt. Sie hatte öfters Videos mit Eva gemacht und deswegen machen sie den Kanal zusammen. Stimmt auch. Dann gehen wir mal zur Auswertung. Und wow, du kennst dich super aus. Ich glaube, ja. Cool. War gut. So, dann machen wir mal den zweiten Test. Der ist auch von 2016. Ja. Historische Dokumente im Internet. Ihr könnt übrigens parallel natürlich mitmachen und auch testen. Bei Teste Dich. Bei Google. Überall kann man DIY Inspiration. Da ist Teste Dich. DIY Inspiration. Genau. Also macht gerne auch neue Tests. Ich glaube, die sind doch recht alt, die Tests. Also schon so aktuelle Tests. Das wäre schon ganz cool. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr auch sehr, sehr viel über uns und auch über unsere Personen. Aus wie vielen Personen besteht DIY Inspiration? Aus zwei, aus vier oder aus drei Personen? Ähm, es war 2016. Ich gehe jetzt davon aus, dass es aus zwei Personen stand. Wie heißen die Betreiber des Kanals? Eva und Kathi, Laura und Nina oder Klara und Klara? Einmal mit C und einmal mit K. Ja. Also Eva und Kathi. Wie viele Videos laden Sie hoch? Eins pro Tag, zwei bis drei Videos pro Tag, einmal pro Woche? Oh, das ist schwierig. Ähm. Finde ich, muss man tatsächlich überlegen, zu welchem Zeitpunkt das war. Ich weiß, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mir die Videos tatsächlich nicht angeguckt von damals. Sagen ein Video pro Tag. Ja, es kann sein. Es kann aber auch einmal pro Woche, schließe ich aus. Es kann aber auch zwei bis fünf Videos pro Tag sein. Wie viele Abos haben Sie jetzt Stand 29.03.2016? Also das ist jetzt vier Jahre her. Mhm. Deswegen würde ich jetzt 150.000 sagen. Ich mach mal. Dann wissen wir es. Okay? Hat Kathi einen Freund? Keine Ahnung. Nein. Ja. Ja. Was macht Eva außer Basteln? Backen und Häkeln? Keine Ahnung. Fußballspielen. Backen und Häkeln. Wo kaufen Sie meistens Washi-Tape? Galeria Kaufhof, Action oder Edeka? Ich würde sagen Action. Ich glaube, das hat sich nicht geändert. Nee, das hat sich glaube ich wirklich nicht geändert. Mach mir immer noch. Wo wohnen Sie? Bielefeld, Düsseldorf oder Köln? Bielefeld. Was machen Sie auf Ihrem Kanal? Basteln, Backen, Snacktests und Halls? Ja, Basteln, Backen, Snacktests und Halls. Keine Ahnung. Was machen die beiden außer YouTube? Sie studieren. Keine Ahnung. Couch-Potato. Zu dem Zeitpunkt habt ihr glaube ich noch studiert. Es kann gut sein. Jahr 2016. Jahr 2016, ja. War noch Studienzeit. Und super, du guckst öfters mal Videos und besitzt schon Wissen. Acht von zehn Aufgaben habe ich richtig, zwei sind falsch. Oh, jetzt können wir mal gucken. Ja, also wie viele Videos laden Sie hoch? Das war falsch. Zwei bis fünf Videos tatsächlich hat die pro Tag hochgeladen. Boah. Und da haben wir noch studiert. Wow. Und leider, ja, 200.000 Abonnenten. Also du hattest recht, du warst sehr, sehr gut. Nicht schlecht. Da ist er. So, den würde ich sagen, machen wir zusammen. Okay, wir haben nur 30 Sekunden Zeit für die Frage. Oh, dann los. Was machen Sie für Videos? Top 10 Schminkvideos, Bastelvideos. Das ist von 2016. Wir sind 2016 basteln. Basteln. Wo machen Sie Ihre Videos? Zuhause bei Eva im eigenen Studio. 20 Sekunden. Wer heißt Cardi? Die mit Brille, die ohne Brille? Die ohne Brille. Ja. Das Lach-Emoji. Ja. Was haben Sie noch nicht gebastelt? Klopapierrollen, Washi-Tape, Dekoration? Ich glaube mit allem gebastelt. Boah. Ich mach jetzt mal Klopapier. Ich würde Dekosand. Ne, egal. Nehm Dekosand. Nehm Dekosand. Wir haben keine Zeit. Welchen YouTube-Kanal hat Cardi auch noch? Hier von Spiel... Aber da fehlt einem mit mir. Da fehlt was. Aber es wird das sein. Ja. Es wird das sein. Wie viele machen den Kanal? Einer, zwei oder drei. Aber es sind ja einer und zwei. Wie alt sind sie? Uh, zu dem Zeitpunkt. Uh, zu dem Zeitpunkt. Ich würde sagen zwischen 18 und 29. Ja, die anderen antworten zwischen 30, 50 und 59. Ne, so als... 51 und 100. Uh. Was stellen Sie in manchen Videos vor? Produkte zum Basteln, andere Videos von YouTubern, Cola. Ich glaube Produkte zum Basteln. Ja. Was geben Sie für Tipps, wie die Sachen besser halten, dass man es essen soll, dass man es nicht essen soll, dass man es essen soll. Wo? Schnell, schnell. Dass man es essen. Nein, nein, nein. Das erste. Wie die Sachen besser halten. Hab ich es dazu gegeben? Keine Ahnung. Was hat Eva für ein Lieblingstier? Känguru, Hund oder Katze? Hund. Neun von zehn Aufgaben. Neun von zehn. Das war auf die Zeit. Gibt es hier eine Auswertung? Ne, leider können wir das gar nicht sehen. Wer weiß, wer weiß, was falsch war. Aber ich würde sagen... Vielleicht was man essen soll. Weil wir haben ja die Snack-Tests gemacht. Vielleicht war es tatsächlich das, was man essen soll. Ja, oder nicht essen sollte. Oder was man nicht essen sollte. Ja, das war erstmal das Spiel mit mir. Ich finde, wir sind sehr gut gewesen. Ich finde auch. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Ja. Die beiden Sachen waren wirklich super schwierig. Und was hier bei dem Test falsch war, keine Ahnung. Ja. Und ich muss sagen, ich lag auch gar nicht so falsch. Trotz, dass ich da noch gar nicht da war, habe ich das ganz gut gemeistert. Sehr, sehr gut. Ja. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu diesen Personality-Hacks. Zu welchem Hogwarts-Haus gehörst du? Jetzt frage ich dich vorab erstmal, wo würdest du denn gerne hingehören? Ich möchte zu Hufflepuff, wo ich auch so... Also mich eh einordne. Wo ich auch schon mal einen Test gemacht habe. Ja. Was waren das gleich nochmal für welche? Das sind die mit dem... Ich wollte gerade sagen mit dem Panda, mit dem Dax. Ja. Wo auch der aus Fantastic Beasts zugehört. Da sind... Oh. Die sind loyal. Du wolltest nicht zu Gryffindor aus? Ne. Okay Eva, ich würde sagen, wir gucken mal. So wie bei Fantastic Beasts, der ist nett und der hat seine Tiere in seinem Koffer. Oh, wie süß. Das finde ich ansprechender. Wie ist dein Charakter? Ehrgeizig und gerissen. Nein. Treu und mutig. Nein. Loyal und fleißig. Kreativ und intelligent. Eins von den unteren beiden. Ja, würde ich auch sagen. Äh, entscheide du. Ich sag dir dann danach immer meine Meinung. Ich würde das dritte nehmen. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde das letzte nehmen. Also beides trifft auf jeden Fall zu. Aber ich wäre für kreativ und intelligent. Nimm das letzte. Ne, du musst das. Du hast entschieden. Entschuldigung. Dann nimm das dritte. Wir nehmen das dritte. Ist das dein Test? Okay. In welchem Haus würdest du am liebsten? Ich finde das nett bei diesen Tests, wenn die schon direkt fragen, was hättest du denn gerne für eine Antwort? Ja. Wir nehmen das letzte da, also weiß ich nicht, gibt es Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin und Hufflepuff. Wir nehmen Hufflepuff. Ja. Okay, wer ist mein Lieblingslehrer? Professor Flitwick, Professor McGonigal, da fehlt das Professor. Da fehlt das Professor. Sprout oder Professor Snape. Snape. Nein. Nein. Ich dachte, den magst du so. Du verwechselst mich mit Kahn. Professor Sprout. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Lesen, mit Freunden treffen, meine Feinde necken und mit Freunden abhängen. Meine Feinde necken. Oder Sport. Okay. Ich mag gerne Lesen und mit Freunden treffen. Nehmen wir mit Freunden treffen. Ja, ich glaube auch. Das würdest du bevorzugen, statt zu Lesen. Ja. Mit wem würdest du dich anfreunden? Mit Luna und Joe? Mit einem Fedora und Cedric? Mit dem goldenen Trio? Mit Draco, Pansy, Victor und... George, 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 Gregory. Gregory... Wer auch immer. Ich will mir gar nicht mehr sehen. Ich weiß. Ich glaube, das sind Crave und... Das sind Draco und seine Bösen. Mit wem hättest du dich denn angefreundet? Wieso gibt es Sirius da nicht? Nehmen wir das zweite. Okay. Ich hätte das goldene Trio genommen. Welche Farben magst du am meisten? Blau und Silber, Gelb und Schwarz, Rot und Gelb, Grün und Silber? Was ist das für ein Emoji hinter dem Gelb und Silber? Ich weiß nicht. Was ist das? Wir nehmen Gelb und Schwarz. Und welches Tier gefällt dir am meisten? Löwe oder andere Raubtiere? Schlange oder Reptilien? Adler, Vögel oder Dachs, andere Nageltiere? Also eher Raubtiere, Reptilien, Vögel oder Nageltiere? Nageltiere. Was dir am wichtigsten? Familie und Freunde, das Schlechte besiegen, Erfolg und Liebe, Ziele erreicht haben? Oh, das ist schwierig. Echt schwer. Das ist schwierig. Nehmen wir Familie und Freunde. Mhm. Fast fertig. Mit welchem Harry Potter Boy würdest du eine Beziehung eingehen? Oh, jetzt wird es interessant. Welchen Hub magst du am meisten? Draco, Harry, ich konzentriere mich auf das Wichtigste. Oder Cedric? Auch da gibt es Sirius nicht. Das finde ich auch wieder sehr enttäuschend. Ach komm, nehmen wir Cedric. Aber ich konzentriere mich auf das Wichtigere. Und die letzte Frage. Der Hut findet es schwierig, dich in ein Haus einzuordnen. Was machst du? Denkst nicht Slytherin? Nicht Slytherin? Schick mich am besten in oder Stille oder lass dir Zeit. Ich sage, lass dir Zeit. Gut, lass dir Zeit. Dann gucken wir mal, was ist es aus. Werte es aus? Und? Du bist ein wahrer Hubblepack. Du bist sehr loyal, hilfsbereit, nett und vor allem fleißig. Jetzt freust du dich, oder? Eva wollte ein Mink haben. Ja, ich wollte es und ich habe es bekommen. Du bringst deine Freunde zum Lachen, wenn sie traurig sind und hilfst ihnen, wenn sie etwas von dir brauchen. Nur bist du für manche Person etwas nervig. Ja. Aber mach dir nichts draus. Viel Spaß in Hogwarts. Cool. Ja, gut. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, werde ich mal gucken, welcher Selamon-Charakter ich bin. Und schreibt uns natürlich auch gerne in die Kommentare, in welches Hogwarts-Haus denn die liebe Bianca gehört. Ja, schreibt das gerne mal. Wolltet ihr mich hin? Und natürlich könnt ihr auch gleich mal mitraten, welcher Selamon-Charakter denkt ihr? Natürlich. Also ich finde eigentlich, ich bin so typisch Bunny, also Selamon. Als zweite Wahl würde ich tatsächlich Selamars nehmen. Wie trägst du deine Haare am liebsten? Zusammengebunden, lang und offen, kurz und schlicht, jugendliche Zöpfe, Schleife Haarspange im Haar. Also ich muss tatsächlich sagen, ich trage sie eigentlich lieber lang und offen. So, wie bist du aufgewachsen? Ich wohne wohlbehütet bei Verwandten. Ich war schon früh auf mich alleine gestellt. Mit nur einem Elternteil. Mit meinen Eltern, Einzelkind. Mit meinen Eltern und Geschwistern. Mit meinen Eltern und Geschwistern? Hast du Haustiere? Ja, aber manchmal geht mir das Tier ganz schön auf die Nerven. Mir genügen die Tiere in der Wildnis. Wohnen? Ja, ich finde süße Tiere so niedlich. Nein, ich möchte keins. Nein, ich möchte aber gerne eins. Ja, ich finde süße Tiere so niedlich. Ja, klar. Hast du einen Freund oder bist du verliebt? Wenn ich das nur wüsste. Ich bin mir mit meinen Gefühlen oft nicht sicher. Nächste Antwort. Ich bin vergeben und liebe ihn über alles. Ich wünsche mir meinen Ex zurück. Nein! Nein! Aber man möchte sich mit meinen Freunden und gerade schwärmen. Nein, ich habe keinen Freund, aber ich hätte sogar... Ich muss tatsächlich sagen, ja, ich bin vergeben und liebe ihn über alles. Aber ich habe auch sehr oft früher in meiner Vergangenheit geschwankt zwischen das Oberste. Weil ich eigentlich so ein Typ bin, der so Gefühle gar nicht so... Ich bin sehr kühl manchmal. Ja, natürlich. Mittlerweile habe ich so viel nachgedacht. Schatz, guck dir das nicht an! Um Gottes Willen! Der Berger! So viel zum Sailor Moon Test! Okay, bist du sportlich? Ich bin sehr sportlich und vielseitig daran interessiert. In Ballsportarten bin ich besonders gut. Wintersport ist meine Stärke. Nein, leider nicht. Aber ich versuche es immer wieder und manchmal sieht man auch Erfolge. Kommt ganz auf die Sportart an. Im Wasser bin ich unschlagbar. Also ich bin tatsächlich nicht wirklich sportlich. Das Einzige, was ich... Doch, tanzen! Ja, das ist aber das Einzige. Ja! Sonst wirklich, guck dir die Superfly Videos an. Ich bin total... Also Wintersport nicht, Ballsportarten. Ich war immer diejenige, die als letztes auf der Bank gewählt wurden. Außer von meinen Freunden. Die haben mich dann immer... Ich mochte das viel lieber, wenn abgezählt wurde, als wenn man aufgerupt wurde. Ja! Und ich muss sagen, meine Freunde haben mich dann immer gewählt. Obwohl die wussten, dass ich nicht gut war. Aber die haben das dann einfach so. Sonst saß ich immer sehr lange. Nein, leider nicht. Aber ich versuche es immer wieder. Und manchmal sieht man auch Erfolge. Ich glaube, das würde ich sagen. Ja. Wie gut bist du, warst du in der Schule? Ich war schon immer sehr fleißig und ehrgeizig. Und bekomme daher gute Noten. Ich schreibe häufig schlechte Noten, aber es hält sich noch in Grenzen. Es gibt Fächern, denen ich sehr gut bin und Fächern, denen ich überhaupt keinen Durchblick habe. Ich bekomme gute Noten und lerne immer auf die Klausuren wirklich schlecht. Manchmal ist mir das ziemlich peinlich. Nie. Also es gibt Fächern, denen mache ich gut und es gibt Fächern, denen hatte ich wirklich keinen Durchblick, siehe Mathe und Physik. Uh, nächste Frage. Ich sage, bist du handwerklich begabt? Ja, ich würde schon von mir behaupten, meine Freunde fragen mich an solchen Dingen häufig um Rat. Nein, aber das hält mich davon nicht ab, etwas auszuprobieren, wenn ich mir etwas mal in den Kopf gesetzt habe. Nein, ich bin eher die literarische, theoretische Person. Nein, und ich scheue mich davor, es auszuprobieren. Im Nähen bin ich supergut, aber für grobe Arbeiten... Also ich bin nicht so handwerklich, muss ich sagen. Ich finde, das zweite passt ganz gut. Ja, würde ich auch sagen. Ich probiere es, aber ich bin jetzt nicht so... Und wenn was gemacht werden muss, dann machst du es auch. Du bist Lieblingsfach in der Schule? Literatur oder Deutsch? Ach, Literaturgeschichte oder Deutsch? Ähm, dann Ernährungswissenschaft. Ich merke schon richtig raus, was Bunny ist. Also Senamon, ich höre das schon raus. Naturwissenschaften, Sport oder Hauswirtschaft? Äh, Literaturgeschichte habe ich sehr gemocht und ich habe auch Deutsch sehr gemocht. Wie kleidest du dich am liebsten? Ich kleide mich schlicht, aber stilvoll. Man sieht mich oft in Röcken und schönen Blusen. Ich kleide mich stets dem Anlass, entsprechend mal traditionell mal Figur betont. Mit Mode kenne ich mich sehr gut aus. Ich mag es feminin und edel. Meist trage ich Jeans und ein Pullover, ein T-Shirt. Mein Stil ist sportlich, aber dennoch modern. Ich finde Röcke und Kleider toll, aber trage gerne Sneakers und einfache Jeans. Sehr schwierig. Weil so oft Jeans trage ich auch nicht unbedingt. Eva, entscheide du. Boah, ich würde mit dem Anlass entsprechen. Das finde ich eigentlich sehr passend. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich mich mit dem Motor eigentlich auskenne und mich halt gerne feminin, aber auch edel. Nimm das. Und deine Lieblingsfarbe? Ja, brauchen wir gar nicht gucken. Definitiv pink, rosa, weiß. Ja. Wo liegen deine Stärken? Ich bin stark und versuche Ungerechtigkeit zu verhindern. Ich bin ein fröhlicher, harmonischer Mensch, der sich nicht gleich aus der Ruhe bringen lässt. Ich setze mich immer für die Menschen ein, die mir wichtig sind. Ich bin ein tokes Mädchen und stets realistisch. Ich bin klug und hilfsbereit. Okay, es ist schwierig auch wieder. Ich muss sagen, ich schwanke zwischen dem ersten. Ich hasse Ungerechtigkeit. Ich glaube, das weiß Eva. Ich hasse Ungerechtigkeit. Also da bin ich wirklich. Aber ich bin auch trotzdem sehr froh und mag Harmonie. Aber ich glaube, ich würde das als erste Tipp. Und wo liegen deine Schwächen? Ich bin oft ziemlich schläfrig und komme häufig zu spät zur Verabredung. Ich bin manchmal etwas grob und lasse mich leicht provozieren. Ich bin schwer zu bremsen und überarbeite mich häufig. Ich bin vollkommen unkonzentriert und ärgere mich über die Fehler. In meiner direkten Art kommen manche nicht so gut zurecht. Okay, ich glaube, das schwankt zwischen dem ersten und dem letzten. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Aber du bist selten schläfrig. Ich würde nicht sagen, dass du oft schläfrig bist. Also ich kenne dich nicht schläfrig. Ich würde das letzte tatsächlich nehmen, weil das mit dem schläfrig finde ich gar nicht. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Ich sage immer, was ich denke. Manchmal ist es gut, manchmal nicht. Okay, wie sieht dein Zukunftstraum aus? Das ist sehr lange das Quiz hier. Ich möchte einen sehr guten Beruf erlernen, der mich interessiert. Ich möchte meine Traumhochzeit für immer und glücklich in Harmonie leben. Ich träume von einem Leben als berühmte Persönlichkeit. Insgeheim wünsche ich mir, einen tollen Mann zu heiraten. Ich möchte gerne etwas tun, das mich glücklich macht. Kreative Dinge erfüllen mich sehr. Ich möchte Frieden auf der Welt und endlich meinen Traumfunzen finden. Okay, also ich würde jetzt schwanken zwischen ich möchte etwas tun, das mich glücklich macht. Kreative Dinge erfüllen mich. Oder halt, ja, ich träume von einer, na gut, berühmte Persönlichkeit immer so. Aber natürlich wünscht man sich irgendwo, dass es, ne, so, ja, einen tollen Mann zu heiraten. Entweder das in der Mitte oder das so drunter. Ich glaube, ich nehme das. Ich habe schon früh gelernt, ordentlich zu sein. Da fällt es mir nicht sehr immer schwer. Mein Zimmer ist ordentlich, aber ansonsten bin ich immer ziemlich unorganisiert. Ich fühle mich sehr entspannt und mache sie gerne. Ordnung ist das halbe Leben. Auch wenn es keinen Spaß macht, muss auch ordentlich sein. Naja, was, wie soll ich sagen, nicht wirklich. Doch, ich bin schon ein sehr ordentlicher Mensch, muss ich sagen. Ich glaube, Ordnung ist das halbe Leben. Ja, finde ich auch sehr passend. So. So. Okay, die letzte Frage. Wovor führst du dich? Ich habe Angst davor, meine Familie nicht beschützen zu können. Vor typischen Dingen wie zum Beispiel Zahnärzte oder Gewitter. Sportliches Versagen. Sportliches Versagen. Ich bin ehrgeizig und habe deshalb oft Angst zu versagen. Angst ist schwierig. Ich bin ehrgeizig, deshalb oft Angst zu versagen. Nee, das nicht. Weil aus Fehlern lernt man, ich würde das erste nehmen. Ja. Ich glaube so Familie. Familie, das weckt immer, finde ich, die größten Ängste. Und zu 40% bist du Sailor Moon. Ich bin Sailor Moon. Ja. Aber das ist gar nicht so einfach. Guck mal, ich bin von jedem was. Ich bin hier, ich bin hier neue Kriegerin. 40% Sailor Moon, du bist nicht sonderlich geschickt und manchmal etwas tollpatschig. Das passt, ich bin extrem tollpatschig. Aber mit deinen liebenswerten Art und deinem reinen Herzen schaffst du es, jeden Feind auf deine Seite. Und Sailor Mars zu 33%. Wow, wie cool. Und ich bin sogar Sailor Merkur, aber nur 7%. Weil ich sehr, 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 so. Klug und fleißig, also Amy bin ich bestimmt nicht. Aber ich bin hauptsächlich Sailor Moon. Ziel erreicht. Ja, das hat er fast gemacht. Ja, richtig cool. Also ich habe mein Haus bekommen, du hast Sailor Moon bekommen. Ja. Hat richtig gut funktioniert und mit DIY-Inspiration kennen wir uns auch aus. Ja. Und wenn ihr Bock habt, dass wir mal den Akinator machen oder auch neue Quiz. Genau. Oder selber mal ein Quiz erstellen. Könnte ich mir auch sehr, sehr spaßig vorstellen. Was gegenseitig. Genau. Gegenseitig Quiz erstellen, die ihr dann natürlich auch online machen könnt. Gerne alles kommentieren. Und wenn es euch gefallen hat. Ja, einen Daumen nach oben da lassen. Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. Und dann. Genau. Da passt sie natürlich auch nicht unser nächstes Video, wenn wir das machen. Und schreibt wie gesagt gerne auch bei Instagram mal, wenn ihr sowas gemacht habt. Ja, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.